So, da kommt die nächste Werbung, sage ich mal, auf diesen Kanal, Produktplatzierung. Ich habe nämlich Post bekommen von Blue Ocean und da ist nämlich das da drin. Das Lego-Heft Jurassic World, nämlich das erste, das ich euch nämlich zeigen darf mit Kooperation, mit freundlicher Unterstützung von Blue Ocean. Die ist nämlich jetzt im Handel erschienen, die könnt ihr euch jetzt kaufen für 3,99 Euro. Und was da noch so drin ist, wie die Figur aussieht, das seht ihr nämlich jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! So, wie gesagt, Lego-Zeitschiff, Leute, ne? Jurassic World ist neu rausgekommen von Blue Ocean. Könnt ihr mal gerne hier rauf gehen, da sind die ganzen Sachen nochmal von denen. Und ich finde die Comics mal ziemlich cool gemacht, man muss sich jetzt hier ja nicht jeden Monat kaufen, wenn man die Figur nicht mag. Aber auf jeden Fall ist da hier so ein Willi-Zeraptor drin, ne? Und ihr seht ja hier noch das Artwork. Und ihr wisst ja, der neue Jurassic World kommt hier bald raus. Da passt das natürlich, dass man sowas vielleicht vermarktet, klar, an einerseits. Ihr wisst ja, die Comics sind eher ja was für Kinder. Vielleicht was für eure Kinder selber kaufen, wenn ihr Lego sammelt. Wir sehen jetzt hier auf jeden Fall einen Willi-Zeraptor mit den Eiern hier und so einer, ja, Plattform mit Steinen, ne? Und hier sehen wir nochmal den Fritz Pratt hier. Ich weiß jetzt nicht, wie der Charakter heißt. Ähm, hier Schauspieler hat. Mit Blue. Blue ist hier hier. Und wir sehen dann zwei starke Poster drin, mit einem T-Rex. Das könnt ihr hier auch nochmal hier sehen. Wuhu. Achterbahn mit Dino-Alarm. Mega-Comic. So, dann sehen wir hier nochmal das Artwork. Da kommt noch ein Videospiel raus. Das wusste ich auch noch gar nicht. Neu ab Juli kommt das Videospiel. Ah, nee, kein Videospiel. Aber wahrscheinlich kommt das auch ein Videospiel raus. Ach so, das neue Sets. Hier, könnt ihr schon mal sehen. Neue Sets. Habt ihr schon mal hier in die Lego-News gesehen. Und dann auf jeden Fall ist das hier der Inhalt. So, ihr könnt das hier sehen, was da so drinne enthalten ist. Auf jeden Fall haben wir ein Comic, Bauanleitung, Poster, Poster, Rätsel, Lego-Sets, Vorschau und Impresso. So, ja, Raptor Baby. Da seht ihr ja, Warnung, Dino-Eier nicht entfernen. Raptor Baby mit Dinosauriernest. So, nehmen wir mal hier ein bisschen weiter. Hier ist der Comic. Da könnt ihr den Comic sehen, wie er so aussieht. Finde ich ziemlich cool gemacht, um mal die Comics. So viel Zeitvertreib, sei es auf der Toilette, euren Kindern vorzulesen. Was weiß ich, auf der Arbeit in der Pause sind die ja eigentlich ziemlich cool gemacht. Würde mich auch ein bisschen mehr interessieren, als vielleicht die Ninjago-Comics oder so weiter. Und ihr seht dann so ein bisschen die Geschichte halt, wie auch aus der ersten Jurassic World. Ja, und gut, hier nochmal ein bisschen Werbung zu anderen Magazinen. Das ist ja normal. Gut, und hier nochmal das Comic hier. Ja, und so weiter, ne. Und dann hier ist die Poster. Er jagt hier gerade einen Hotdog-Man. Ist ja auch geil. Und das andere Poster seht ihr hier. Okay, das ist natürlich das andere jetzt da drauf. Da sind natürlich auch viele Rätsel drin. Raw findet den Weg. Wer Langeweile hat, ach hier sind nochmal die Sets nochmal so gezeigt. Die Lego-Sets, die ihr kaufen könnt. Sieht ziemlich cool aus. Werden wahrscheinlich auch viele kaufen wollen an euch, denke ich mal. Weil das ist auch was für Erwachsene. Wer auf Jurassic World ja auch steht, dass sie sein Viorama bauen will, der kann das ja dann machen. Dann seht ihr nochmal das Comic hier. Nochmal Werbung zu Lego City Magazin. Dann noch ein Comic. Also ihr seht, da ist einfach ganz viele Comics drin. Für eine weniger Rätsel. Und dann halt eine Vorschau auf den nächsten Monat. Und der hieß Owen. Stimmt, Owen hieß der. Den könnt ihr dann halt nächsten Monat bekommen. Also nächsten Monat nicht. 7. August ist lange hin. Da 7. August. Und ich weiß nicht, ob das dann die zweite Ausgabe letzt ist. Oder ob die das dann öfters rausbringen. Weil es ist ja ein Sonderheft des Lego Magazins. Ja, und das kommen wir nochmal hier. Und dann sind natürlich Auflösungen. Und natürlich, was ihr nochmal holen könnt. Gut, mehr kann ich eigentlich gar nicht drüber sagen. Da sind Comics drin. Rätsel. Einmal habt ihr so süßchen Preis raus mit dieser Figur, wenn ihr die sammeln wollt. Ich finde die ziemlich cool gemacht. Wenn man das auch schenken will für eure Kiddies. Oder wie gesagt, als Klolektüre, wie ich immer gerne sage. Oder für halt auf der Arbeit, in der Pause, im Urlaub. Da könnt ihr euch das natürlich gönnen. Ich wollte euch einfach das nur zeigen, dass es diese Zeitschrift gibt. Weil ich habe es auch nur zufällig gesehen über Instagram, über Blue Ocean. Und dann habe ich natürlich gleich gesagt, ey, könnt ihr mir das gerne bitte zuschicken. Haben sie gemacht. Und da habe ich das euch halt vorgestellt. Ich finde es cool. Kann man euch mal zeigen, wie gesagt. Bevor ich natürlich zum Ende komme, mit meinem Lobeshymnen, nein, Quatsch. Zeige ich euch natürlich nochmal die Figur, wie sie aussieht. Das mache ich nämlich jetzt erstmal eben. So, ausgepackt. Da seht ihr, die sind natürlich alles drinne hier. Da sind die ganzen Sachen drinne. Oha, das ist ja aber mal mega klein. Also hier, guckt mal, das ist ja mega klein, der Dino. Ist ja geil. So, ich packe einen Schnauf, da müsst ihr ihn nicht sehen. So, da habe ich jetzt erstmal aufgebaut. Da ist die Bauanleitung, das habe ich ja gemacht. Und da ist das Set. Ja, ist ganz niedlich gemacht. Ganz niedlich gemacht, wie ihr das hier so sehen könnt. Da ist diese Plattform mit dem kleinen Dino, der wirklich mega winzig ist. Und da sind da diese Eier und so ein Strauch hier. So ein bisschen Gestein. Sehr witzig gemacht. Okay, Philipp, hier hast du schon die Eier weg. Und da ist noch so, wie ihr sehen könnt, ein kleiner Knochen. Sehr witzig gemacht. Da haben sie mir was einfallen lassen. Finde ich eine coole Sache für 3,99 Euro. Diese Figur dabei, alles. Und wenn man dann anfangen will mit diesem Sammeln, ist das ja nicht schlecht. Vergesst nicht bei den lieben Fatomas vorbeizuschauen. Lasst dir ein Abo da. Lass mir natürlich ein Abo da, weil ihr verpasst dann keinen geilen Scheiß mehr hier. Und wer das Video natürlich nochmal kommentieren möchte, kann es gerne machen, wie ihr die findet. Liken nicht vergessen. Und würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam! Der ist doch so, was ist das Talent. Untertitelung des ZDF, 2020